So wie unsere Ehe? Ich kann doch nichts dafür, dass du keinen Job hast. Nee, aber du könntest vielleicht... Oskar, ich will jetzt wirklich nicht mehr darüber reden. Ich hab ein wichtiges Meeting in der Handelskammer. Aha. Wieder mit diesem Krüger, nehme ich an? Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid, was mit Ihrem Sohn passiert ist. Was ich getan habe. Ich will nicht mit Ihnen reden. Aber ich habe Ihnen doch Briefe geschrieben. Die habe ich weggeschmissen. Ich mache mir schreckliche Vorwürfe. Ich habe Albträume. Ich habe meinen Job verloren. Ich kann kaum mehr schlafen. Ich habe solche Schuldgefühle. Es hat ein Jahr gedauert, bis ich seine Kleider wegräumen konnte. Was ist denn nun los? Gehen Sie weiter! Gehen Sie weiter! Sie sind doch nur gepreiser! Wo kommt ihr her? Von der Stadt! Wir lassen uns nicht verführen. Nur von den Unteroffizieren. Halt doch mal still! Das sieht ja alles so schrecklich gleich aus. Ja. Hier ist auch alles gleich. Dann musst du Englisch lernen, mein Schatz. Meine Tüte! Los, ich piss euch an! Mach die Molle auf! Mach die Molle auf! Oh!